Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ganz herzlich darf ich Sie als Ihr Diakon Thomas Steffel, Herr der St. Franziskus Regensburgburg-Weintim begrüßen. Auch ich helfe mit, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Doch das Wichtigste ist, wie es im Lied Nummer 423 heißt, wer unter dem Schutz des Höchsten steht. Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Freunde, ich wünsche Ihnen, bleiben Sie gesund. Wie? Indem Sie Maske tragen, Abstand mit Herz und das Wichtigste, gelobt sei Jesus Christus. Liebe Freunde, ich wünsche Ihnen, ich wünsche Ihnen, ich wünsche Ihnen, ich wünsche Ihnen,